BOW! Und wir quatschen dann darüber und erfreuen uns, was für geile Spiele so aus Deutschland, Österreich, Schweiz und anderen deutschsprachigen Ländern kommen. Und die genaue Regelbeschreibung, die siehst du in einem anderen Video, das ich dir unten in der Videobeschreibung verlinke. Die wichtigste Regel ist, jeder darf hinzukommen. Aber wer einmal bei war, muss immer wieder bei sein. Und wenn er vergisst, einmal bei zu sein, ist er raus. Das habe ich so entwickelt, weil ich der Meinung bin, ja, jetzt bleib mal am Ball, junge Mädchen. Geschlecht schon gerade aus Individuum. Gut, alle wichtigen Infos sind in der Videobeschreibung. Es ist immer noch der 27. Mai, nicht, 27. Juni. Um 14 Uhr geht es los. Wir versuchen diesmal alles ein bisschen flotter zu gestalten, dass wir uns nicht verquatschen. Weil hoffentlich wären es keine 8 Stunden, sondern nur so 2 bis 4. Wenn du noch Fragen hast, unten in die Videobeschreibung rein. Aber erst Fragen, nachdem du dir die Videobeschreibung durchgelesen hast und das Video zum German Game of Showcase auch durchgeguckt hast. Ja, damit dann vielleicht weniger Fragen vorherrschen. Und guck auch in die Videobeschreibung. Er quatscht in den Kommentaren, ob deine Frage vielleicht sogar schon beantwortet wurde. Es kann gut sein. Also, die Videobeschreibung.